wer die plumas ja ja dünnes rohli da kommt er gemacht mal vorwärts noch ein stück ja genau ja geht's ja danke muss sagen ich habe echt wenig angriffe mit dem ding irgendwas nicht ausgewählt elektro schocken jetzt kommt die geile oder oder ja nicht gerade gekriegt ist stufe 1 ok dem und länger ausprobieren ja heute kann er da hier freund mein freund war ja echt und spektakulär und wager schockt so pass mal auf achten müssen wir noch ein bisschen ja ja komm jetzt mehr erwartet was geben da gewählt ist hier ach geil wie ich jetzt kämpfe ach echt das war sicher der scheiß hund ja der hund du hund du hund fickt ihn schon ein stoff schon wieder ein stoff bände aber ich bin ich da gerade mit dem stock 1 über der usa also plumas geschichte jetzt fälle noch ein paar stein klumpen oder blume blume ach blume ist jetzt durch und nicht noch wieder ja das problem spricht mit mir das ach so das sind nur andere gegenstände noch nicht gelootete ansonsten müssen wir mal hoch gehen weil die waren oben auch die steine die war ja eine 560 kritisch von wem und mir auf jeden fall ich habe fünf von acht ich habe immer noch drei von acht vier von acht und ich habe mehr ich habe mehr durst als wasser ich musste mir da irgendwie so einen kleinen kühlschrank und am pult hinstellen der weg zum kühlschrank ist schon enorm ja das kann ich mir vorstellen als weiss hier oben waren ein paar steine da können wir noch ein bisschen drauf ja da oben bei rechts am baum rechts am baum ach ist das anstrengend hier hoch und explosion gürtel des geistes 38 39 ab ja jawohl mal gucken ob das besser ist und von acht tristan hast du nicht konnte noch nicht aufnehmen jetzt geht es ja viermal gut verfügbar für stufe 20 oder höher nicht schlecht und hat magie verstärkung drauf was du eigentlich nicht brauchst sondern ich habe es egal du hast ja nicht gewürfelt doch habe ich aber nur eine fünf ja habe ich gesehen dass es magie ist bei bei gürtel würfel ich sowieso immer ja das ist ein fehler man guckt eigentlich ob man das auch braucht oder nicht darum ist ja auch das passen fällt oder würfeln fällt ja ist ja nur das würfeln aber keine zeit um zu gucken zu wenig dann machst du einfach nur aufpassen wenn du zu wenig zeit hast naja und dann ist das wieder nicht recht und dann mache ich das wieder falsch mich alle mama schlägt das ist das falsche ziel wer hat hier stein wo sieben vor nacht ich brauche eigentlich richtig jawohl ok jetzt können die anderen auch liegt da bereit jetzt hat mich so ein blöder geist voll oder was wir fressen hier ist auch noch ein stein der war krass oder davon müssen auch zehn stück umringen von den geistern ja jetzt wird es gleich dunkel wahrscheinlich und jetzt bauen hier geister dann ich brauche noch ein fucking stein dann grab die aus nach vorne ist einer für mich da drüben gibt es noch mehr jawohl habe ich zu ibi und immer noch da mein dann haben wir gleich mal den elius geistern auf den kopf naja damit sowas kus ach milieu das müssen wir ansprechen für die für das pluma problem aber ich verkaufe jetzt erst mal noch ein paar sachen auf jeden fall dass da verschlissene bungee kleidung müssen das man sie ist das ding um sein wo du vom turm springst brauche ich das wenn du bungee jumping machen willst ja alter was ist das sind krasser ach der schreibt mich an wie war das fenster öffnen kannst du das hier looten ich habe schon zwei steine gekillt aber kann keinen doten wie war das fenster öffnen ein ende ja ektoplasma fragment was kann das eigentlich keine ahnung hast du ein material für waffen werde ich waffen tippe das lohnt waffen herzustellen ich glaube nicht ich glaube das muss mir mal in einer ruhigen minute mal angucken was man da alles machen muss so wo seid ihr denn wo noch ein berg die geister töten ach hier ein hässlicher stein hier ich brauche noch ein beschissenes fragment ja hier wer das bestimmt für dich ne 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 nennst du dir guck mal rein bitte ich übernehmen so lange gucken wir die reine mit ristan für jemanden kam ich bin auch am kaufen eher lasst was nicht bekommen ist es sehr Uno ich nehme das natürlich ja Ja, soll ich das mitten im Kampf aufgeben oder was denn? Ja. Wie mache ich das jetzt frei? Einmal nur reingucken und wieder weggehen. Nichts rausnehmen. Ja, mache ich ja. Genau. Du hast auch gefragt, wie du das machen willst. So, ihr habt die alle schon abgegeben? Nein. Ja, guck, hier ist auch nochmal einer. Hier ist auch nochmal einer. Kannst du auch gleich mal reingucken. Nee, jetzt habe ich alle. Ich sagte, es fehlt genau noch einer. Ach so, dann nehme ich das und verkaufe die Scheiße. Ja, ja. Nimm das Scheiße. Immer alles mitnehmen, was geht. Ich wollte nur erst die Geister fertig machen, die drei Stück und dann zusammen abgeben. Das Zoll bestimmt brauche ich auch wieder oder nicht. Hast du das gesehen? Pam, 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 pam. Ja klar, die Hälfte davon habe ich hier weggebratcht. Ja, schön. So, ein Geist noch, der da drüben. Ich habe drei von zehn. Er kommt. So, ich habe acht jetzt. Okay, ich habe zu schon. Ach so, warte, du bist zu weit weg von mir vorhin oder was? Weil ich bin jetzt fertig, die Geister. Ja, wenn der zu weit auseinander ist, dann ist das nicht nur für alle. Das ist halt so. Da oben ist einer. Und da oben macht. Das ist das falsche. Das ist das falsche. Simon, glaube ich. Boah, Crit, Alter. Ja, hier oben könnt ihr noch looten. Hier sind so noch zwei Stück, Tristan. Jawohl, fünf von zehn, herrlich. Und der klappt auch gerade noch einen. Crit, zehn, so. So, wo habe ich den anderen gesehen? Da oben. Also ich habe zehn, bei mir ist es gut. Aber Simon noch nicht. Ja, aber Simon ist sowieso in total falschen Richtung. Von dem her bringt nichts, wenn du den killst. Ach so. Ich dachte, wer hier irgendwo einen Bergwesen nimmt. Nee, ist gerade wieder runter. Sechs von zehn habe ich. Looten wir noch mal ein bisschen Kohle. Da hinten. Jakob, wir helfen Simon noch ein bisschen. Er ist ja auch irgendwo. Ach, 145 Kino. Immer her damit. Was ist denn hier noch? Geist. Achter oben. Meiner, 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 meiner. Gut. Ja, jetzt habe ich die Siegel-Explosion nicht ausfüllen können. Ja, geht eh schneller so. Wie viele noch? Was geht eh schneller so? Jetzt muss ich wieder warten, bis die wieder... Ach, egal. Ähm, Simon? Noch drei. Was denn? Ich lasse hier mal ein Lederding drin. Da kannst du da mal reingucken, ob du das gebrauchen kannst. Lederding? Ja. Guck mal bitte. Leder war uns des Hügels. Musst du mal gucken, ob das besser ist oder schlechter. Ist hier keine Geister mehr. Ansonsten nimm es mit. Also... Ja, aber auch die keine Leder sonst. Richtig. Nee, kann ich verkaufen. Oh, gut. Vor allem will ich das nicht schon wieder drüberlegen. Nee, es war jetzt nur so einigermaßen. Da kommt da. Was spawnt hier noch so ein Scheiß? Ich habe einen gefangen. Brauchst du noch einen Geist? Ähm... Noch zwei. Okay, da unten ist noch einer. Machen wir dir gleich mal ein bisschen näher. Calm. Calm, junger. Calm. Calm, Simon ist hier drüben. Naja, bleib mal stehen. Ihr habt ein unwürdiges Ziel ausgewählt. So, der geht auch gleich drauf. Ja, habe ich. Go, go. Oh. Schön. Auch Geister haben Taschengeld. Na klar. Wo verstecken denn die Portemonnaie? Guten Tag. Das Pluma-Problem. Sprech mit Meliodas. Das müssen wir noch abgeben. Und dann hätten wir noch, äh... Sprech mit Lunax. Ich finde... Ich gucke mal, wo Lunax steht. Ach, noch weiter unten im, äh... Im Pilgers-Dingens. Ähm... Hier unten sind wir angeblich jetzt, äh... Mal fertig. Ja. Glaube ich. Also können wir weitergehen, oder? Wurde überhaupt nicht. Ja, dann flitzen wir runter. Gut. Du nimmst ein Tor hin, ne? Genau. Alter, bei mir geht's immer weiter rauf. Kaum noch Flugzeit. Ja, Moment. Ich nehm grad eine Abkürzung. Oh, runter. Und nochmal kurz Flügel auf. Und keine Flugzeit mehr. Alter. Bei mir quakt auch grad rum. Keine Flugzeit mehr. Aber ich bin gut durchgekommen. Zwischen den ganzen Geistern hier. Was ist das denn für ein Wind? Ja, ich fiel so hoch oben, ich musste kurz, äh, abspringen. Damit ich unten nochmal kurz die Flügel aufbreiten kann, um nicht da... Äh, das ist ein Windgeist. Ganz locker, ganz locker, ja. Windgeist. Mistral. Mistralgeist. Genau, das ist ein Wind... Ein Luftgeist eigentlich. Also er kämpft auf jeden Fall mit Luft halt. Und, ähm... Das ist das gleiche Tier, was auch ein Beschwörer dann hat. Ah, hier kann man fliegen? Ach, okay. Ja, weil wir... Weil wir müssen da rauf. Oh, mein Problem ist, meine Flugzeit ist zu Ende. Ja, meine auch. Ja, vielleicht schaffe ich's, vielleicht schaffe ich's. Was, ich hab kaum noch Flugzeit. Ja, lass uns mal ein paar Windgeister kloppen, bis wir immer wieder die Zeit haben. Windgeister? Ja, Mistralgeist. Ach so. Na, jawoll. Boah, ich... Alter, wie krass. Ich bin hochgekommen. Ja, nice. Schön, Pecker. Okay. Go, go. Brauchen wir den? Nö. Nö. Aber... Aber meine Flugzeit müsste langsam wieder reichen. Ja, meine auch. Den loote ich noch. Und dann... Go, go. Ab mit R nach oben. Ja, auf jeden Fall. Ich find die Antriebe übelst nice. Ah, du schreien. Flieg nicht so hoch, da oben sind Gegner auf dem Dach. Wo muss ich denn hin? Hier vorne auf dem Balkon. Ja, hier oben hin, oder? Ach, hier. Auf der Landeplattform. Alter, wie episch hier. Ich komm grad überhaupt nicht klar. So wollen wir uns hier binden? Oder... Mit Schnur? Ja, mit Schnur oder mit was underem, du. Tribute. Korbidee oder... Tribute und den Tempel. Ja, ja, klar. Machen wir da mal die Scheiße fest. So. So. So, nehmen wir auch an. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? So, die scheißen nehmen wir auch an. Nehmen wir alles an von Lunax. Münze, aggressive Geister erledigen. Ja. Auch mal an. Was haben wir hier noch? Jetzt müssen wir die Mineralgeister töten. Mineral. Äh. Mistral. Treue und Waffen. Vom Licht her, scheiße. Hier vorne ist auch noch einer. Da hat er wieder das klingt. Treue und Waffen. Vom Licht her, scheiße. Auf jeden Fall. Zack. Mögen die Schatten euch nie einholen. So. Geister, also die kleinen Frostwindgeister, das wären die ein bisschen größeren. Seid ich wieder runter? Na? Seid ich wieder runter? Seid ich wieder runter? Nee. Seid ich wieder runter? Hier bin ich. Hier, hier, hier. Aber ja, so gute Sprungschanze hier. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter.